Hallo, ich bin's wieder, Gaby Fastner. Herzlich willkommen zur Rücken-Kompakt-Reihe. Heute mit dem Thema Organgymnastik. Ich hoffe, deinem Nacken geht's gut nach dem gestrigen Workout? Schön. Heute werden wir unsere Organe etwas bewegen. Die Organe können unsere Rückengesundheit beeinflussen. Gerade die Organe, die sehr wirbelsäulennah liegen, die beeinflussen gerne unseren Rücken so. Zum Beispiel, wenn wir Bronchitis haben, unsere Brustwirbelsäule, da können Schmerzen auftreten. Oder wenn wir Nierenprobleme haben, dann treten gerne auch mal Schmerzen im unteren Rücken auf. Also dieser Zusammenhang Organe und Rückengesundheit, der ist wirklich ganz bewusst und der ist jedem ganz bewusst. Und wenn wir Organe bewegen, dann können sich diese Schmerzen lösen, werden die Faszien bewegen sich. Wir machen alles wieder elastischer, alles wieder durchsafteter, beweglicher und genau das wollen wir heute tun. Also viele Rotationsbewegungen, Beugungen, Streckungen. Also alles, was wir, wie man es sich vorstellen kann, auch das Innere in unserem Bauchraum bewegen können. Mach so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind natürlich erlaubt und wir beginnen mit einer Übung, die uns so richtig Energie gibt. Unsere Wirbelsäule stabilisiert und die Organe nochmal so richtig auseinanderzieht. Das ist eine Streckung in einer ganz leichten Grätsche. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Du musst Bein heben, Handflächen zeigen nach unten, Schultern tief und jetzt kommst du mal in das sogenannte Andreaskreuz. Das heißt, du hebst dich auf deine Fußspitzen, streckst dich in die Länge und versuchst durch die Nase ein, durch den Mund auszuatmen. Und immer lange ausatmen. Also den Atem verlängern und versuch dich zu stabilisieren. Wirklich lang strecken. Ungefähr sechs Atemzüge hier bleiben. Und mit dem nächsten Ausatmen ganz langsam wieder tief kommen, entspannen und einmal deine Knie beugen, nach innen drehen und die Arme völlig entspannt um deinen Körper pendeln lassen. Immer wieder aufrichten. Lass deinen Atem fließen, das ist wichtig. Ganz locker. Wenn wir schon gelernt haben bei Faszien, dass unser ganzer Körper zusammenhängt, wie, es sieht so aus, wie wenn man eine Orange in der Mitte durchschneidet, diese weißen Häute, diese Orange durchziehen, so sind, ist unser Körper komplett durchzogen. Alle Organe hängen zusammen, alle Muskeln sind auch befestigt eben an Knochen mit Zähnen und Bändern. Also es ist ein Zusammenhang, dass, dann kann man sich auch vorstellen, dass Organe die Rückengesundheit beeinflussen können. So wie auch Zahnweh, vielleicht Nackenschmerzen verursachen kann. Also es ist immer ein ganzheitlicher Zusammenhang. Ganz langsam wieder auspendeln zur Mitte und dann kommst du an den Rand deiner Matte, sodass die Matte vor dir liegt und rollst dich mal nach unten ab. Lass dich jetzt hängen, beug deine Knie und lass deinen unteren Rücken einfach mal so hängen, ganz locker. Kannst du auch ein bisschen wippen. Deinen Nacken hängen lassen, wirklich ganz schwer. Gehe so tief, wie es für dich angenehm ist. Bleib wirklich ganz rund hier hängen. Und dann kommst du tiefer, nimmst deine Hände nach unten, krabbeln nach vorne und jetzt kommst du in so ein Dreieck. Spreiz deine Finger, schieb deine Fersen Richtung Boden. Du darfst die Knie auch beugen. Wichtig ist, dein Brustbein schiebt Richtung Oberschenkel. Mit jedem Atemzug kommst du ein Stück weiter, ein Stück tiefer. Bleib ungefähr fünf, sechs Atemzüge in der jeweiligen Position. Und dann kommst du ganz langsam wieder zurück. Setz deine Knie einmal nach unten ab. Und jetzt mach dich mal ganz klein. Arme neben den Körper, Stirn auf den Boden. Und völlig entspannt hier. Ganz klein liegen bleiben. Spüre, wie dein Atem in den Rücken ausweicht. Und komm dann langsam wieder ein zweiter nach oben. Und jetzt darfst du dich auf eine Seite legen. Und zwar machst du dich so richtig lang, streckst dich aus, Arme und Beine strecken. Du bist hier in einer Linie, Oberkörper, Oberschenkel. Und versuchst jetzt einatmend deinen oberen Fuß und deinen oberen Arm in die Länge zu strecken. Und ausatmend langsam nochmal lösen. Einatmend in die Länge ziehen. Und ausatmend wieder lösen. Versuch wirklich mit deinem Atem zu arbeiten, in deinem Atemrhythmus die Bewegung zu machen. Und das machst du so fünf, sechs Mal. Und dann löst du nochmal auf. Entspannst einen kurzen Moment. Spürst jetzt, wenn du auf die Bauchlage gehst. Mal einen Moment nach. Wie fühlen sich deine beiden Seiten an? Ist die eine wahrscheinlich länger? Und spürst du vor allem deine Atmung viel, viel mehr in der einen Seite, oder? Du merkst, dass der Atem da viel mehr ausweichen kann jetzt. Und dann kommst du einfach zur anderen Seite. Drehst dich einfach rup. Streckst dich nochmal lang. Arm und Beine ausstrecken. Du weißt ja, was kommt. Ich muss ja gar nicht schauen. Atme ein. Oberes Bein, oberen Arm in die Länge. Und ausatmen, wieder lösen. Wieder fünf, sechs Mal in deinem Tempo. Einatmen, Länge. Ausatmen. Und dann löst du noch einmal wieder auf und entspannst dich. Einen kurzen Moment spürst du nochmal nach, ob sich die Seiten dann wieder gleich lang anfühlen, hoffe ich. Und dann drückst du dich einmal in ein zweiter nach oben. Nimmst deine Beine nach vorne durch. Und jetzt darfst du dich einmal in die Rückenlage abrollen. Also Oberschenkel fassen, langsam nach unten kommen. Stell deinen rechten Fuß auf. Dein linkes Bein streckst du. Drück den rechten in den Boden und schieb dein Becken nach rechts rüber. Arme zur Seite. Und dein Knie lässt du nach links kippen. Schau, dass die Schultern unten bleiben. Und hab das Gefühl, dass mit jedem Ausatmen dein Steißbein sich weiter in Richtung Fersen verlängert. Dein Rücken sich streckt. Und dein Knie nimmst du so hoch, wie es für dich angenehm ist. Auch hier wieder fünf bis sechs Atemzüge bleiben. Und dein Knie nimmst du so hoch, wie es für dich angenehm ist. Mit dem Ausatmen langsam wieder zurückkommen. Fuß aufstellen. Mitte dein Becken kurz vergleichen. Wie sich die Seiten anfühlen. Länger bestimmt. Und dann nimmst du die andere Seite. Drückst den Fuß in den Boden. Hebst dein Becken nach links. Kopf nach links. Und Knie nach rechts. Knie wieder so hoch, wie es für dich okay ist. Und dann nimmst du dich. Wird in den Boden. Wie ist das? Wird in den Boden. Und dann wieder so hoch. Wird in den Boden. umzug, singst du tiefer, dann kommst du dann ganz langsam wieder zurück zur Mitte, stellst den Fuß auf, hebst dein Becken in die Mitte, streck noch einmal beide Beine und vergleiche einen Moment, wie sich jetzt die zwei Seiten anfühlen, hoffentlich wieder gleich lang. Und dann holst du deine Knie zu dir ran, mach dich einmal ganz klein, zieh deine Knie knapp oder deine Unterschenkel knapp unter dem Knie ran, schieb deine Fersen in Richtung Decke, so weit wie du kannst, jetzt darfst du hier bleiben oder deine Unterschenkel fassen und hier ran ziehen, dein Nacken lang werden lassen und auch hier deinen Atem fließen lassen, in deinem Atemrhythmus, die Fußspitzen vielleicht noch mal näher, dein Nacken entspannen, Schultergürtel entspannen, Nase ein und Mund wieder ausatmen, dein Tempo. Dann beugst du deine Knie, setz dein Becken nochmal nach unten ab, fass deine Unterschenkel und öffne jetzt deine Beine in die Grätsche, sodass du jetzt ausatmend zu mir dich einmal rüberlegen kannst, mit dem Einatmen öffnest du dein Knie und mit dem Ausatmen drehst du zur anderen Seite. Einatmen, öffnen und ausatmen zur Seite und das machst du in deinem Atemrhythmus. Denk an das lange Ausatmen, rollbewegungen, drehbewegungen, vorbeugen, alles für die Organe. Eine schöne Übung, vielleicht tut dir eine Übung ganz besonders gut. Wenn du dann auf der Seite bist, bleibst du auf der Seite liegen, entspannst einen Moment und drückst dich über die Seite, ein zweiter, nach oben, in den Vierfüßlerstand. Bewege deinen Rücken nochmal in alle Richtungen, lass locker. Und dein Einbein nach vorne, schau, dass die Ferse unterhalb vom Knie ist. Wenn links vorne ist, geht dein linker Arm in Richtung Decke und du drückst dich mit rechts ganz fest vom Boden weg. Zieh dich weit nach oben, auch hier wieder ein paar Atemzüge bleiben, dich strecken. Löse nochmal auf, nimm die Hand wieder zurück und wechsel gleich die Seite. Anderes Bein nach vorne, Ferse unterhalb vom Knie, dein Becken nach vorne schieben und den Arm Richtung Decke. Und dann schau, dass du dann nach vorne schieben und du drückst dich mit rechts und du drückst dich mit rechts. Und dann löst du nochmal wieder auf, nimmst die Hand nach vorne, nimm dein Bein nochmal zurück, stütz dich auf deine Oberschenkel ab, mach deinen Rücken rund, mach ihn nochmal gerade, schau nach vorne, mach ihn nochmal ganz rund, nochmal gerade und wenn du ganz gerade bist, dann richtest du dich nach oben auf. Zum Stehen. Bleib nochmal ganz entspannt und aufrecht stehen, lass deine Knie etwas durchlässig, das nochmal ganz locker, spür einen Moment nochmal nach, wie fühlt sich dein Stand an, wie fühlt sich deine Wirbelsäule an. Bist du stabil, aufrecht? Dann atmest du ein, streckst dich nach oben und jetzt lass mal ganz locker und atme aus, atme ein. Schwing dich wirklich völlig entspannt, hier nach unten durch, ein. Nochmal aus, ein und aus, nach einmal einatmen, hier oben räkeln, strecken, den ganzen Rücken langziehen, alle Organe nochmal so richtig auseinanderziehen. Das ist auch wirklich eine schöne Übung, auch für die Faszien, für die ganzen Anteile deiner Wirbelsäule, für die Muskeln, die werden durchblutet und deine Organe werden durchbewegt, also eine wunderbare Übung. Öffne die Arme, heb dein Brustbein, atme ein und atme aus und entspanne dich. Sehr schön, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deinem Körper, dass die Schultern auch nochmal so richtig locker. Morgen werden wir uns nochmal stabilisieren, unseren Körper kräftigen, die wichtigen Stabilisatoren im Rumpf, an der Wirbelsäule kräftigen, von Beckenboden über tiefen Bauchmuskeln, über die kleinen Muskeln rund um die Wirbelsäule. Also sei gerne morgen wieder dabei. Wenn du nochmal auf die Playlist gehen möchtest, die ist auf meinem YouTube-Kanal, da findest du alle Videos schön geordnet in Playlists. Und wenn du möchtest, abonniere mich natürlich, abonniere meinen Kanal, ist kostenfrei. Dann bekommst du immer mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube lade. Wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest, vielen Dank. Der Link ist unter dem Video. Deine Unterstützung, Steady heißt der Link. Kannst du mich mit zum Beispiel 2,50 Euro im Monat unterstützen oder 5 Euro ganz, wie du Lust hast. Ich freue mich aber auch, wenn du ganz einfach so bei meinem nächsten Workout wieder dabei bist. Vielleicht schon morgen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.